Liebe Biberacherinnen und Biberacher, vor allem auch liebe Menschen hier aus dem Biberacher Umfeld und Umland, Sie sehen, wo ich bin. Ich bin hier bei der Abgabestelle in unserer Biberacher Feuerwehr und Sie sehen auch, dass hier schon allerhand an Güter da ist. Ich möchte heute einfach nur Danke sagen. Danke für die Solidarität, die wir hier aktiv erleben dürfen und wie sich die Menschen einbringen, um unseren Freunden in der Ukraine, aber auch in Polen zu helfen. Und ich sage Ihnen ehrlich, mir läuft es da mitunter eiskalt der Buckel runter. Spenden von Menschen, von denen ich weiß, dass es sich das am Mund abspart. Aber auch großzügige Spenden von Menschen, die dankbar sind für ein Leben in Frieden und in Freiheit und deswegen gerne auch mehr geben. Geld spenden von Vereinen, übrigens nicht nur Biberacher Vereine, auch von Nicht-Bibern, Privatpersonen, die uns ganz konkret unterstützen und die es auch gut finden, wie wir das hier in Biberach aufgegleist haben. Bürgerinnen und Bürger, die binnen kürzester Zeit bereit waren, die Annahmestellen hier auch Personal zu besetzen. Vielen Dank dafür. Unsere Feuerwehr, die das ganze Thema logistisch perfekt übernimmt und auch für gewaltige Sachspenden von Biberacher Unternehmen, die auch hier ihren Beitrag leisten. Und da sind natürlich auch Unternehmen aus dem Umland mit dabei. Sie sehen mich alle wirklich bewegt und sehr, sehr dankbar. Wir machen hier gerade alle miteinander, Sie durch Ihre Spenden, hier die Helfer und ich hoffe, wir auch als Stadtverwaltung etwas sehr, sehr Sinnvolles und Sinnstiftendes. Wir schenken Hoffnung und wir schenken Mut. Und meine herzliche Bitte, bleiben wir da dran. Wir werden vermutlich in dieser Ukraine-Krise rund um diesen Krieg einen langen Atem brauchen. Und darum setzen wir uns weiter ein für Verbundenheit und Freundschaft in den Farben Blau und Gelb. Vielen Dank.